Die Silver-Adventures Ich bin immer am Sammeln, ne? Ups, ich hab nen Kopf gesehen Waffe, äh, ja, komm Da ist noch einer Ah, ist er weg Warte, da war noch einer? Ja, da war noch einer SILVER-HEI Ja, Mann, zielt doch wirklich Ah, Sil- Sil- Silber-Drei, Alter Hast du auch was, Foto? Oh, Alter Ja Deine ist fast geläftet von dir Ich hätt kein Bock mehr Aber auch noch, ne? Wo ist der letzte? Ach, da Lol Geh mal B Lol, der ist hier Der hab ich genoß kauft, Alter Oh, wieder oben Genau da Lol Oh, der ist benignet Siehste, die waren alle weiß Die können nix machen Meinst du, die waren tatsächlich Ich hab gedacht, dass du smackst Da ist der Gegner Alter, der Junge ist so richtig Klaus, du weißt, dass du das nicht schaffst Ne? Hä? Die Fresse Was? Weiter Na, wir sind schon weiter mit Dann mach mal Mach mal den Blender Oh, die Was? 80'2, Alter Lol, Alter Loll, Alter Oh, fuck Was war da? Drunk, we have bloodbikes! Big brain time, Alter. Für die auch Neues, so. Meine AWP. Eine Klappe stimmt. Die Klappe ist gucky. Wahrscheinlich was gesaved haben. Wow. Nur im Flaschen, ne? Einer ist vertrieben in der Smog. Rechts. Was ist das für ein Lack, Alter? Leonhard, du hast denn so die Digelschenke gegeben? Okay, ich fick dir Mitte jetzt. Ich nehme ihn aus dem Leben. Ich helfe dir. Nein, 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 das ist eine Soda-Mission. Kann er nach... Er hat mich getasert anstatt dich. Na sicher. Er tasert mich. Er tasert mich. Lauf durch! Komm! Verkacken! Oh, fuck, Alter. Und dann... Es sind jetzt beide gleichzeitig... Das hätte ich hier nicht... Wow! Alles safe. Alles safe, bis auf die Teenage. Du, hol den Sohn! Schieß mich mal nicht an. Ich hab Arma. Aber noch keine ganze. Lass es, lass es, lass es, lass es. Boah! Ich... Yo! Dschungel! Ja, und dann erst unten. Aber gekillt, ne? Das kann einfach nur ein Leonhard, so, ne? Ich weiß, du berüchtest jetzt Ruhe, aber... Ich möchte dir die Zeit nutzen, um das Vaterunser aufzutragen. Vaterunser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel so werden. Sch... Shit, das kann ich nicht mehr, verdammt. Aber du schaffst das, ich glaube nicht. Bruder, du kannst das, du bist... Du bist gut. Äh... Praktisch, dass du die Bombe geplantet hast, da war der Gegner. Hätte stehen froh und könntest du dich konzentrieren, man. Das wär top. Und du hörst die Steps, bzw. du hörst irgendein Noscope. Alter, Fabel, hab fantastisch gespielt. Du schaffst zu uns. Zeit of Rafters. Das ist aber so hart am Reinschwein, Alter. Was ist das passiert? Was ist das passiert? Du bist so ein Opfer, ne? Komm hinter die Barrels. Leonhard, komm! Nein! Hinter die Barrels. Du musst hinter den Barrels sterben, damit das funktioniert. So, do it, Alter. Ich will das sehen. Mach it. Mach it real, Alter. Die haben mich gesehen, glaube ich, oder? Ne, haben wir nicht. Spätestens jetzt habe ich mich gesehen. Boah, du hast so verkackt, Alter. Ski mit mir auf. Oh, was ist der Karmel? Was ist das? Ja. Was ist das passiert? Hä? Man muss nicht in der Tür gehen. Ich bin in der Tür. Schaue, du hast mal ein Anwalt. Ich bin in der Tür. Ich bin in der Tür. Was soll ich dir zeigen, wenn ich das kann? Okay, komm. Okay, komm. Okay, Leonhard Trumannor, ich mach'n Weg damit. Ja... Ja... Zeit zu gehen, Mois. Hört sich gut an. Haha, du noob. Dada 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 dada.